Hallo liebe Freunde und willkommen zu Tekken! One-on-one mit dem Dalukat. Hallo Vitor. So, das erste ging ja sehr gut für mich aus. Es war knapp, aber wir sind jetzt direkt am Anschluss. Das ist sozusagen das Rematch. Genau. Also wenn Akku mal dachte ich verliere ich. Es war so knapp. Aber im Kopf, es spielen sich so viele Gedanken durch. Welche Moves kannst du machen, was macht er? Und dann denkst du dir, was er bis jetzt gemacht hat, alles klar, ich weiß, was ich mache. Und ja, Konter. Der Low-Parry ist immer schön. Man freut sich immer, wenn das klappt irgendwie. Der Low-Parry ist richtig übel. Ich habe auch gar nicht damit gerechnet beim ersten Mal, was passiert. Wenn das aber nach hinten losgeht, kassierst du halt komplett, weil du blockst in dem Moment nicht. Du drückst ja zum Gegner hin. Du musst, um Low zu parieren, nach unten rechts drücken. Genau. Aber nur das, oder? Ja. Ja, ja, aber trotzdem, wenn du halt nicht Low angreifst. Also wenn ich meine, dass ich in dem Moment abbreche und zuhaue, dann kriegst du halt voll Damage. Schön, schön, gute Info. Aber bringt dir gar nichts. Standard-Bloge. Meinst du? Ja, ja. Oh, hallo. Ja, ach, der Laufner wieder. Komm schon. Ach komm, der sollte tief kommen. Ja, ja, das müsste reichen. Also ich kann's tun. Ja. Nein, was? Ja, das meinte ich. Okay. Ja, Mann. Oh, komm. Ich hätte echt gedacht, du wärst in der Bewegung gewesen. Nee, 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 nee. Okay. Ach Mist. Ach, Mist. Ja, aber jetzt habe ich... Ach, komm schon. Nein, nein, nicht greifen. Du weißt, ob ich jetzt nicht kann. Ich will immer zu schnell nachsetzen, obwohl ich erstmal die Defense sollte. Oh, da war ich nicht weit genug. Bye, bye, Josi. Bye, bye. Oh, schön. Schön gemacht. Oh, nein. Okay. Pam, 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 pam. Das war mein Fehler. Nein, nein, nicht auf dem Boden. Nein, nicht auf dem Boden. Nein. Bye, bye. Cool. Da kommt auf jeden Fall der zweite noch hinterher. Ja, nicht auf jeden Fall, aber... Ja, wenn du triffst, warum nicht? Ja, ja. Ach, ja, okay. Zu nah dran. Ja. Da ist der Grab. Aber er ist schön geblockt hier. Oh, ja, danach muss ich aufstehen. Ikimas? Ikimas? Ach, das hat... Kack, Grabs! Ich gehe rüber. Ja, da ist er rüber. Ach, da... Da war die Ballerina, dann kann man angreifen. Da klappt aber auch mal die Ballerina, und dann? Oh, der war schnell. Ich hab ihn auch los, den kannst du nicht blocken. Oh, der... Ich wollte gerade fragen, der lädt bestimmt auf, wenn der so lange tänzt ist. Oh, jetzt. Hier. Oh, nee, nee, komm. Hier. Alter, ich gönn dir kein Perfect. Nein! Shit, was war denn da jetzt los? Du hättest das Perfect auch geben können, ja? Nein, nein, nein. Ich gönn dir nix. Du musst hier schon am Arbeiten hier. Alles verdienen. Alles verdienen. Okay, komm, weiter geht's. Oh Gott, der 0% Win, das ist... Ja, gut. ...kratzt schon an der Ehre. Tja, was willst du machen wieder? Ja, also, ne, auf die Schnauze hauen. Ja, komm, du hattest zwei Runden, dann hattest du Gas wieder. War es 4-2. Oh, ich will mich gar nicht beschweren. Ich finde, der Fortschritt ist erkennbar. Und demnächst, ne? Dann denkst du so, haha, guck mal, wieder ein Vita. Und dann, pow! Kommst du dann mit einem anderen Schar, oder? Wahrscheinlich. Ich finde, Alisa ist mit der Zeit zu durchsichtig. Ja, ne, es kommt ja doch immer drauf an, was man macht. Also, eigentlich... Ja, gut, ich mache immer die gleichen Sachen, ja. Du müsstest ja auch... Im Normalfall weißt du als Spieler ja, was jeder Charakter kann. So, das heißt, theoretisch ist ja jeder Charakter durchsichtig. Du musst ja... Es ist ja eher wichtig, wann machst du denn was? Da hast du schon recht, ne? Ich mache auch viel zu oft die gleichen Abfolgen. Ja. Da müsste ich mal variieren. Aber ein, zwei neue Sachen waren auf jeden Fall schon dabei. Auf jeden Fall. Ah, okay. Und nur, wenn man mit der Shotgun ist. Die brauche ich nämlich jetzt. Hahaha. Ja, da kann man diesmal nicht. Oh, okay. Jetzt, ja, du musstest jetzt, oder? Komm. Komm, hier. Hey, hey. Hallo. Boah, geht der weit. Ja. Und... Nein! Okay, das geht nicht. Okay, das geht nicht. Ich hatte schon ein bisschen Pipi in der Ose. Aber ist eine wichtige Info. Also, es ist egal. Wer zuerst macht, wird wahrscheinlich dann auch treffen. Oh, da hast du diesmal... Da kommt doch sonst noch einer. Ja. Ja, der ist eigentlich immer saublöd, weil dann... Scheiße, Grabs. Ich muss Grabs üben. Unbedingt. Der letzte Kick, den ich immer wieder vergessen habe. Jetzt der Opener, den ich wieder vergessen habe. Und den Shotgun. Das war's für wert. Jetzt komm, 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 komm. Oh, das geht nicht. Drüber! Ja, drüber. Ich glaube, mein Uppercut war schon zu weit vorne. Bam! Oh, ich habe auch unten gerufen. Ja, habe ich gedacht. Und auf den hast du nicht gerechnet. Aber hiermit rechnest du? Ja, damit rechne ich. Aber kein Perfect! Weil du den hinten noch bekommen hast. Ja, so sieht das aus, ey. So. Und jetzt gibt es noch Romitent. Oh, kein Perfect. Oh, komm. Alter. Mut zur Lücke. Oh, nein. Oh, oh, nein. Ja, okay. Mit dem rechnest du, ja. Ja, ja, ist das mir klar. Okay. Aber damit nicht. Oh, nein. Oh, da packt er die Kettensäge wieder weg. So, die Runde gehört mir. Ja, okay. Shit. Ja, ich habe den Stick ein wenig zu weit nach unten gehabt. Anstatt nach rechts. Und die Kettensäge weggepackt. Ich wollte nur fair sein, ja. Aber wenn du so spielen willst, kannst du haben. Nach. Okay, wieder. Das ist gut. Meiner ist zu langsam unten. Ich glaube, der ist unten ganz gut. Das ist mal ein Anfang. Okay, ich brauche jetzt, ich brauche jetzt die Jane hier. Das war's. Okay. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Hast du gewonnen. Hast du gewonnen. Guckt es euch an, Dudes. So, dritte Match jetzt. Das heißt, the bad boy. Ja, einfach mal das so fun hier. Natürlich, den muss ich auch noch platt machen. Aber den machst du nicht platt jetzt hier. Meinst du? Also, doch, gegen Akuma, glaube ich, hast du mehr Chancen. Echt? Ja, ja. Ich glaube, gegen Akuma ist einfacher momentan. Wir übernehmen mal was Schönes. Ich wusste gerne, dass ich eine Map auswählen kann. Das darf sonst der Verlierer, oder? Ich glaube schon. Ich habe das nicht. Das hast du noch nie gemacht. Nee, das melüte ich noch nicht. Ich dachte so, ich habe die ganze Zeit gespammt, oder? Nee, dann hätte ja immer die Standard-Map kommen müssen. Ich kann eine Map auswählen. Deswegen hat es doch gerade einen Vorteil, ja. Ich habe immer random genommen. Aber kannst du ja mal twittern, der neue Speech abendecken. Maps auswählen, das ist jetzt ganz neu. Ich wusste ja, dass es geht hier. Super. Ich kenne auf jeden Fall einen Angriff, wie ich in deinen komischen Spin-Kick rein kann. Aber du machst ihn ja nicht einfach so. Nee, Spin-Kick ist ja nie einfach. Also es kommt ja immer was davor. Ich habe mir so viele Videos angeschaut von Alisa gegen Akuma. So viele. Und nichts gelernt. Ich bekomme viele Sachen noch nicht hin. Gerade diese Side-Steps. Mit Low-Kick und dann Kopf wegkommen. Das war dämlich. Das war einfach nur dämlich. Kann man das rausschneiden? Okay, okay. Das ist so hoch. Nein. Ikimasu. Ey. Wieso habe ich den nicht getroffen? Freundchen? Warum? Ja, okay. Das war doof. Der war richtig doof, weil der ist unparierbar jetzt. Ja. Und das ist sowieso ein Grab. Okay. Ah. Gott, was habe ich denn da gerade am Anfang gemacht? Ja, wie denn? Was hast du denn gemacht? Er war ich ja nicht. Ah, da hätte ich auch ziehen können. Den jetzt. Ja. Okay. Völlig an meinen Knöpfen vorbei gerade. Ah, ich kriege den. Krass. Kette-Sägen wegpacken hat mich gerade was gekostet. Hey, hallo. Ja. Ach ja, da kommt der. Ah. Ich muss es tun, um irgendwie aus dieser Ecke rauszukommen. Aus diesem Dauerpressure. Okay, okay, okay. Krass, krass, krass. Ja, ja, ist aber. Probier den ganzen Tag einfach nur einen Move zu machen. Ich will den umdurchziehen. Nicht mal den. Ja, nein, nein. Dupt. Boah, gut geduppt. Ja, aber auf den habe ich doch gewacht. Nein. Da bist du zu schnell für. Okay, danach unten. Zweimal unten. Okay, okay, okay. Nice. Das ist einfach Schaden, wenn ich sein muss. Der muss sein. Oh, oh, da war ich so nah dran. Na, nett gemacht, nett gemacht. Oh, das ist Damage. Okay, oh. Der macht richtig Schaden, ey. Okay, okay, jetzt Kontenanz. Ach, da kann ich nicht angleien, da muss ich springen. Oh, den kriege ich damit nicht? Okay. Ach, ja, okay. Ich habe eine Idee, aber es war riskant. Es war riskant. Ja, bist du in der Bewegung? Ja, ne? Ja, bist du. Komm, das tötet mich nicht. Das tötet mich nicht. Nee, das tötet dich auch nicht. Das noch nicht. Ja! Nein! Ich bin da genau vor mir. Nein! Genau da. Oh, nein. Wenn du die Uli so haben willst. Oh, ich dachte mir, ich slide diesmal rein. Das habe ich lang nicht gemacht. Ja, okay. Ach, ich kriege es nicht hin. Mit dem Abbrechen. Ja, das ist super schwer, meiner Meinung nach. Okay, okay. Okay, die letzte Sonde. Ja, okay. Das war krass. Ich habe verkackt. Ja, du hast den Kampf gewonnen diesmal. 2-1. Du, ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich habe die Krone auf. 83% nur noch. Ich hätte gerne noch einen Rematch gegen Akuma. Okay, komm. Wollen wir mal. Eins wegen uns. Extra. Wie viele Zuschauer haben wir gerne einen Like da lassen? Noch eins gegen Akuma. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, Akuma ist immer noch dein krassester. Wenn ich das canceln immer könnte. Ja, dann wird die Kombo so noch weitergehen. Ja, weil wenn ich es nicht cancel, habe ich natürlich auch. Also, ich habe eine Kombo, die ganz normal ist, ohne Superbalken zu verbrauchen. Die macht ja auch schon gut Schaden. Mit canceln kannst du halt mehr machen. Aber wenn das canceln nicht klappt, dann gibt es eigentlich keine Kombo. Ja, ich habe mir die extra angeguckt. Ich habe die extra mal rausgesucht und dachte mir, ich bin sehr froh, dass du sie nicht kannst. Ja, manchmal ja. Die geht noch gut weiter. Ich habe ja ein paar Ideen. Ich bin super nervös gegen Akuma. Also, jedes Mal, wenn ich gegen dich antrete, bin ich immer so nervös. Da bin ich total viele Sachen einfach nicht stoppen. Wenn es um was geht, weil wir nehmen ja gerade auf, dann ist man das, glaube ich, immer. Wenn wir so spielen würden, kann man ja auch mal testen und so. Ich hatte mich jetzt auch von der Lisa in den ersten Matches, also nicht mit Akuma, jetzt habe ich mich ja auch einmal nicht treffen lassen, sondern ich habe halt was anderes versucht, als nur zu blocken. Okay, wieder. Was machst du gegen Vegeta? Eventuell kann ich dir sogar noch zeigen. Äh, nee, den nicht. Okay, du kannst doch trotz der Dimension den hin. Du warst doch voll immer... Ja, wo denn? Hier! Nee! Aber was mache ich denn? Wo ist denn der Kick, den ich die ganze Zeit suche? Such die ganze Zeit einen Kick? Ah, falsche Finisher. Auf den noch sehr eh gewartet. Ich glaube schon. Ich komme gerade echt mit den Klappen immer zurecht, ey. Oh Gott! Kann ich mich jetzt mal bitte zusammenreißen? Was ist denn das jetzt? Ja, ich bin jetzt wieder. Ja, was ist denn das? Drain in the zone, ey. Von wo kommt der? Oh, das war gut. Oh nein, es geht weiter. Kannst du weiter? Komm mal. Ah, schade. Nee, ich habe den völlig falsch geschnuppt gerade. Oha, ja! Nein Wenn ich Ikimas im falschen Moment höre, dann weiß ich genau Ja okay, du stehst da schon geblockt, schade Ja, okay wieder, fucken alles aus mit der Kippenregel Ja, ich nehm alle Moves noch mal hinterher Okay, okay, weg hier Nein Oh nein, schon wieder durch den Boden Was, das war doch gerade Kombo-Anfang, ey Haha, kein Perfekt Wieso, was? Oder? Ich weiß es nicht Schade Ja, 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 da muss ich, da kommt noch was wieder Bleib liegen wieder Jaaaa Zwei Mann Ich muss irgendwie einen Schaden gemacht haben Aber wo, wann? Vielleicht hast du nen Feuerball geblockt oder so Aber hab ich den kein Kinn gehabt und mir die Hand gebrochen oder was? Hahaha Ja, schade Leute, ich bin schon wieder nicht gegen Akuma angekommen Beim nächsten Mal, beim nächsten Mal, ich mach ihn platt Das Perfekt schneiden war natürlich raus, Dalu, ne? Das ist so vereinbart, oder? Nee, nee, du wolltest das Rematch Jaaaa, okay, dann muss ich's auch nehmen wie ein Mann, scheiße Hahaha Okay Leute, schau bei Dalu natürlich vorbei Und bei Vita Schau doch auf unserem TT-Kanal vorbei Ganz wichtig Und bis zum nächsten Mal Bye, bye Macht's gut, ciao